Wie kannst du eigentlich dafür sorgen, dass deine Kundenbindung höher ist, dass die Kunden mehr Interesse haben, in Zukunft noch Dinge bei dir zu kaufen? Und ja, du sagst vielleicht schon, ja, machen die Kunden ja schon häufig, die kaufen schon häufig Dinge bei mir, aber ich gebe dir Brief und Siegel, wenn du ein paar Sachen von denen, die wir hier mitgeben, nochmal umsetzt zusätzlich, da wird sich die Quote nochmal verdoppeln, verdreifachen wahrscheinlich, weil viele Kunden dich gar nicht mehr präsent haben. Also Kundenbindung ist das Thema hier, darum geht's, let's go! Ja, willkommen erstmals in dem Video, ich bin Alex, das ist Marvin und wir wollen uns jetzt mal gemeinsam anschauen, was Kundenbindung so bedeutet eigentlich, warum macht man Kundenbindung? Wie kann man das Handwerksbetrieb Kundenbindung realistisch umsetzen und wozu führt das? Und ja, Kundenbindung erstmal ganz simpel gesagt bedeutet, dass der Kunde auch nach dem Kauf weiterhin mit mir in irgendeiner Form connected bleibt, vernetzt bleibt. Ja, entweder was kauft oder dich weiter empfiehlt oder gut über dich spricht. Genau, und wir haben hier einen ganz wichtigen Faktor, der beachtet werden muss bei Kundenbindung. Kundenbindung ist eine Sache, die mit der Zeit nachlässt. Auch wenn nichts Negatives passiert, wenn es neutral weitergeht, also kein Kontakt, dann wird die Kundenbindung nachlassen, weil er einfach irgendwann vergisst, wer du bist, weil er keine großen Sachen mehr mit dir erlebt und nicht mehr viel passiert. Deswegen ist es sehr wichtig, proaktive Kundenbindung zu betreiben, weil du ansonsten nach drei bis vier Jahren keine Empfehlung mehr von der Person bekommst, weil sie dich eben nicht mehr kennt. Und das ist ein großes Problem, was vielen Handwerksbetrieben gar nicht bewusst ist. Die sagen, ich habe trotzdem meine 30, 40, 50 Prozent Empfehlungen, vielleicht sogar 60, 70 Prozent Empfehlungen. Aber es könnten auch mal schnell doppelt so viele sein, wenn die Leute, die von früher, vor zehn Jahren mit dir gekauft haben, sich noch erinnern würden. Und hier ist es wichtig, immer wieder Punkte zu haben, wo man den Kunden quasi abholt. Eine Sache natürlich logisch, es muss alles gut gelaufen sein beim Auftrag. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, klar. Dass man positiv auseinander geht quasi. Genau. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben einmal natürlich den klassischen Weg zu sagen, ja, wir haben mal ab und an so ein Event, so ein Grillfest oder so. Und da laden wir halt alle Kunden ein. Takt auf eine Tür oder so. Takt auf eine Tür zum Beispiel. Man kann ja sagen, man muss ja nicht kostenfrei machen. Man kann ja sagen, Grillfest bei uns kleine Aufwandsbauschale, 20 Euro. Dafür kannst du viel Fleisch essen, wie du möchtest, nur als Beispiel. Ja, oder man verkauft Bratwurst oder wie auch immer. Oder sowas stimmt, das geht auch. Dass man sagt, kostenfrei. Und dann genau, kleiner Bratwurstverkauf oder so. Mit einer Hilfburg oder so noch dabei. Ja, wenn man ein großes Firmengelände hat, ist das eine ziemlich coole Geschichte. Und sowas prägt sich ein. Und wenn man das jedes Jahr einmal macht, kann es sogar sein, dass da die Leute gerne zusammenkommen. Ja, das ist ein schönes Ritual dann, auch in dem Ort oder in der Stadt. Dann ist es einfach eine coole Sache. Kann man sogar aus einer kleinen Stadt in den Medien darüber berichten lassen. Zusätzliche Werbung, kostenfreie Werbung. Also so ein Fest geht normalerweise, wenn man es vernünftig macht, ein paar Verkäufe danach macht. Da logischerweise im Nachgang. Ja, klar. Immer kostendeckend oder positiv raus. Und man hat gleichzeitig den Bekanntheitseffekt noch und stärker die Bekannte. Also so ein Kundenevent würde ich schon einmal im Jahr machen. Meine Empfehlung jetzt. Dann aus meiner Sicht, was eben ganz, ganz wichtig ist, ist eben in der Region auch immer sichtbar zu sein, digital und online. Also das, selbst wenn man sagt, okay, vom Kundenzufluss her ist alles gut und so weiter. Und wir brauchen jetzt nicht noch mehr Aufträge. Selbst wenn du da gut aufgestellt bist, ist es trotzdem meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, immer digital trotzdem präsent zu sein. Damit eben auch deine Bestandskunden dich immer und immer wieder sehen und dass du auch in der Region einfach dann immer sichtbar bist. Das hat den Effekt, dass die Bestandskunden dich halt auch nicht vergessen. Und ja, wenn dir eine etwas mit dir gemacht hat und dann braucht jemand aus dem Bekanntenkreis genau das Gleiche oder was ähnliches, dann bist du halt eben im Kopf ganz, ganz oben von der Person. Ja, weil sie dich vielleicht vor zwei, drei Tagen auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook oder sonst irgendwo gesehen hat. Und das, was die meisten nicht wissen, das kannst du für sehr, sehr wenig Geld erreichen, diesen Effekt. Weil du kannst halt eben sagen, ich möchte, dass das nur in meiner Ortschaft oder eben nur in meinem Umkreis hier sichtbar ist. Und ja, da kannst du mit wenigen Euros am Tag schon sichtbar sein. Also das machen wir für unsere Kunden auch in den meisten Fällen so, dass wir dann eben eine sogenannte Präsenzkampagne, eine Omnipräsenzkampagne schalten. Und man eben sagt, okay, ich will halt in der Region auch bekannt sein, selbst wenn ich nicht so viel über Neukunden werbe. Dann bist du natürlich auch bekannt, aber zusätzlich oder auch nur so eine Omnipräsenzkampagne. Genau. Also es geht aber einfach darum, nicht vergessen zu werden. Genau. Ganz simpel. Also das in Erinnerung zu rufen. Was man noch machen kann, das ist jetzt etwas physischer, zu sagen, ich schicke zum Beispiel einmal im Jahr an einen der Kunden einen Flyer raus, wenn ich bestimmte Aktionen habe. Hey, sie haben ja schon was bei uns gemacht. Hier ist noch ein Flyer. Kann natürlich, und digital in Medien ist ja normal, dass man eine Werbung hat, kann ein bisschen aufträglich wirken. Kann auch sein, dass der Kunde einfach keine Flyer zulässt. Der sagt hier keine Werbung oder so, dann muss man das auf einen anderen Weg machen, vielleicht Brief oder so, einfach persönlich. Man kann ja auch gratulieren zum Geburtstag. Das ist immer eine schöne Sache, wenn man das Geburtstag von den Kunden hat, weiß ich auch nicht, wie er weiß. Weihnachtskarte ist eigentlich relativ langweilig, das würde ich fast nicht mehr machen. Ja. Das ist einfach, ja, nicht so spannend. Ja, was man halt auch machen kann, ist, vorausgesetzt natürlich, das Projekt ist gut abgelaufen, kann man auch nach einem Jahr dann sagen, man schickt etwas zu und fragt zum Beispiel, hey, wir wollten uns erkundigen, wie zufrieden Sie sind mit der neuen Küche, mit dem neuen Terrassendach und so weiter. Und wenn alles cool ist, dann würden wir uns über eine Bewertung auch freuen. Auch so kannst du Kunden zum Beispiel reaktivieren beziehungsweise da auch nochmal eine Bewertung bekommen, weil nach einem Jahr und die Leute, wenn sie happy sind, sagen, ja, okay, cool, ich bin top zufrieden, klar gebe ich eine Bewertung. Dann machst du es möglichst einfach mit dem QR-Code, können die Leute bewerten. Und, ja, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um auch dann nach einem Jahr wieder in, ja, präsent zu sein. Das waren jetzt alles sehr einfache Möglichkeiten, wo du mit relativ wenig Zeitaufwand das gestalten kannst, wo das Event muss mal vorbereitet werden, aber das ist auch einfach abbildbar. Eine andere Möglichkeit, die garantiert funktioniert, auch sehr gut funktioniert, die aber etwas zeitaufwendiger ist, ist die Leute wirklich persönlich anzurufen. Also einmal im Jahr jeden Kunden kurz anzurufen, zu fragen, wie geht es dir? Alles weit in Ordnung zu gucken, wenn man eine Aktion hat, man hat zu erklären, hey, wir haben da eine Aktion. Das Ding ist ja auch, viele Kunden wissen ja auch gar nicht, was du alles im Produktsortiment anbietest. Die wissen gar nicht, dass du vielleicht neben Fenstern noch Haustüren, Markisen, Terrassentächer im Wintergarten machst. Vielleicht brauchen die den Terrassen nach, wissen aber nicht, dass du in Frage kommst. Das heißt, wenn du die jetzt nicht so wirklich anrufen würdest und darüber reden würdest, würden die bei der Konkurrenz kaufen. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn jemand, der eigentlich zufrieden mit dir ist bei der Konkurrenz, kauft, wo er vielleicht eine schlechtere Leistung sogar bekommt. Das ist aber deine Pflicht, da am Ende auch nachzugehen. Das ist auch deine Pflicht, da zu gucken, dass du bei den Leuten präsent bleibst und hinterhergehst. Deswegen, also Kundenbindung ist eigentlich eine sehr einfache Sache. Das ist alles jetzt kein Hexenwerk, das zu machen. Man muss es halt nur umsetzen. Aber wenn du es umsetzt, wirst du merken, dass du deutlich mehr Empfehlungen hast, deutlich mehr Bestandskunden, Umsatz noch hast. Und am Ende einfach einfach zufriedenere Kunden hast, die den Service halt sehr schätzen. Genau, wenn du das, was wir machen hier schätzt, dann würde ich sagen, lass mal einen Daumen nach oben da und gib den ganzen Like. Und ja, folge dem Kanal, also abonniere den Kanal. Damit du in Zukunft nichts verpasst, dann schreib gerne in die Kommentare, was du vielleicht noch für separate, vielleicht auch nochmal andere Aktionen hast, mit denen du konkret deine Kunden wieder reaktivierst, beziehungsweise die Kundenbindung erhöhst. Bis dahin zum nächsten Video. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ciao. Ciao.